Hallo Leute, hierher zu kommen. Hallo, es ist der Nogaming. Und heute spielen wir, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Fireworks Mania. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang wird. Wenn, dann stehe ich alles hier ein bisschen um. So, also wir spielen hier wirklich auf einer Minecraft-Map. Und es sieht vielleicht so aus, als würde es Minecraft sein. Aber ist es nicht. Man hört Vögel, also Vögel gibt es ja in Minecraft nicht. Also es gibt schon ein paar Vögel. Also ein paar Bargeien, aber keine Vögel. Deswegen ist es dann halt ein bisschen wieder unrealistisch. Auf jeden Fall, hier gibt es auch wirklich so Grasblöcke. Was ich jetzt mal machen will. Wir holen uns jetzt mal hier so ein Doom-Dings. Und das weiß ich nicht nur ein, so. Und einen packen wir da oben hin, dann zünden wir den an. Okay, es passiert einfach gar nichts. Also Gras kann man nicht wegbringen, schade. Was kann man denn hier wegsprengen? Ich will gerne was wegsprengen. Wir gucken mal, ob man die Häuser kaputt machen kann. Dazu gehen wir einfach hier rein. Und gehen wir mal ins Workshop. So, dann holen wir uns hier mal ein paar geile Wörter. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Dann machen wir noch eine Spur nach draußen, damit ich nicht direkt weggeballert werde. So. Noch ein bisschen so hin. Und weg hier. Oh, 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 okay. Weg. Das Haus steht ja immer noch. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja Kacke. Oh. Doch nicht. Also irgendwas ist hier kaputt gegangen. Aufheben. Oh, perfekt. Warte, kann man hier denn... Krass, hier gibt es sogar den Amboss. Also ein paar Dinge haben die geachtet. Ah, hier ist sogar was drin. Aber die Minecraft-Häuser sehen ja gar nicht mehr so aus. Also die gibt es ja hier gar nicht mehr. Sogar ein Zaubertisch. Ich will jetzt gucken, ob das weggeht. Keine Ahnung, was das ist. Wow. Sehr klein, muss ich sagen. Wow, 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 wow. Ein bisschen platzieren hier. Warte, Leute, ich muss mal kurz was gucken. Einstellung. Qualität. Machen wir mal ein bisschen low. So. Zack. Ich glaube, ihr habt jetzt kurz einen schwarzen Screen. Ja. Also es soll halt nicht so schwammig sein. Jetzt ist die Kodierung wieder überlastet. Perfekt. Also Leute, ich kann da halt wirklich gar nichts tun. Es liegt einfach an OBS. Beziehungsweise auch an den Einstellungen. Von mir, glaube ich. Aber... Ich habe ewig dieses Spiel nicht mehr gespielt. Ich habe absolut null Ahnung mehr, was man hier machen kann. Binging? Was? Also wenn ich gleich angedings werde, dann weiß ich auch nicht. Okay. Au, 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 jo, jo, mhm. Alles klar. Ja. Ja, hallo, ich bin hoch, äh, ja, oh, also, geht irgendwas noch in der Luft, ich sag mal so, also der, mh, wir versuchen jetzt einfach den Minecraft Steve, ähm, Blatt zu legen, okay, also, der, der schläft gleich nur, mh, Glitter, ne, wenn, dann schon brauchen wir hier ne Newt, ne, dann machen wir alles kaputt, tatsächlich, äh, das einfach mal, äh, ähm, ja, also, die, wir können es ja trotzdem wegspringen, so ist es nicht, also, ich sollte gleich mal bei einem anderen Dings aufpassen, was ich nicht in ihnen das mache, weil sonst geht er einfach kaputt hier, dieser Typ, und weg, einfach nur weg, mich bitte, oh, ne, man sollte ja schon was denken, Ah, der Zombie lebt noch, Hä, wow, also, das war mal ein Minecraft Steve, kann man, warum kann man ihn nicht räumen, Äh, mal gucken, ob man da reinkommt, Gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir das machen, Ich hoffe, wir treffen den Zombie dann nicht, weil ich wollte ihn eigentlich nur wegspringen, Okay, ne, man kommt dann nicht rein, Hallo Zombie, wie geht's denn dir so? Ähm, Scream irgendwas, Willst du ihn nicht treffen? Ey! Okay, jetzt reicht es, du blöder Zombie, Warum bist du jetzt reingefallen? Äh, umgefallen meine ich, natürlich, So, weg mit dir, weg mit dem Schmutz, Der ist natürlich ein Zombie, Hallo? Kannst du jetzt einfach bumm machen? Oh, okay, okay, ja, mhm, Wow! Oh! Also, das war mal ein Zombie, Warte, wir können ja mal ein bisschen gucken, Also, hier oben, Ah, ist denn noch einer? Oh! Der ist jetzt allerdings weg, Ähm, ja, Mach den, also, Au, au, Ah, uh, Oh, oh, okay, Die waren ja anscheinend gerade überall Verteilt, Nein, der Zombie ist gestorben, Okay, Dann machen wir das jetzt hier mal kaputt, Äh, mit, Mit was können wir uns, Batterien haben wir, glaube ich, auch ein paar, Das geht 30 Sekunden lang, Also, Geil, dass man jetzt auf jeden Fall sieht, Wie lange das geht, Ähm, ja, So, ne, Googlebomben, ne, Können ja mal gucken, Was das hier macht, Oh, mal vier, Hört sich erstmal gut an, Wir platzieren das einfach, So, ein bisschen davon, Lalalala, Ich mach nur das Feld, Nix anderes, So, dann noch hier ein bisschen, Irgendwie, Fisch, Keine Ahnung, Lalalala, Lala, Okay, Flamme, Keine Ahnung, Was das sein soll, Äh, Keine Ahnung, Was das, Okay, Ja, Und weg, Einfach nur weg, Alter, Wo kann man sich denn, Okay, Hallo, Ich hier, Äh, Okay, Und jetzt, Wo hier, Wow, Das macht ja sehr viel, Dings, Ich glaub, Da müssen wir noch ein bisschen nachhalten, Ne, Hm, Contain, Äh, Nee, Kleingrahmen, Ist das, Glaub ich, Nee, Äh, Batterien, Raketen, Ultim, Was ist denn das für ein Ding, Open the launch menu, Do you want to, In, 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 Oh, Ich seh's schon, Was passiert, Seht ihr das? Äh, Warte, Wir können jetzt fliegen, Wow, Sieht eigentlich ganz nice aus, Wow, War ein bisschen zu tief, Als ob das jetzt, Das schon war, Oder was? Wie hab ich eigentlich gerade aktiviert, Weil ich fliegen kann? Egal, Leute, Ich glaube, Es gibt gerade irgendwie die Fehler, Äh, Wenn ich mich nämlich bewege, Dann passiert das, Egal, Wir platzieren, Äh, Ne, Bombe, Hallo? Leer, Genau, Äh, Ich würde sagen, Wir brauchen einen Neustart, Anstarten, Wir machen sie mit neu, Weil eigentlich recht das auch schon mit dem Video, Und Leute, Wenn es euch gefallen hat, Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da, Schaut außerdem auch mein Discardörer vorbei, Ähm, Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Und eine neue, Erstane Luftschock drauf. Bis zum nächsten Mal.